moin moin jungs ich jetzt wieder euer hydra am start für euch scheiße man könnte ich auch die vorproduktion also scheiße ich weiß immer noch nicht ob ein skaffes überlebt hat wer es sich vorstellen ich habe am gestrigen abend noch mal gedacht so ja bewusst wie jetzt mal produzieren weil morgen kommt ja die elton lade der der vertrauen hat jetzt auch wieder angefangen die letzte staffel alter ich liebe diese serie einfach so heftig man die walking dead ist in meinen augen übertrieben abgestimmt aber auf transe oh ja 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 ich gehe auf transe absolut premium legal aber darum soll es nicht gehen eine ich drücke hier gerade ein old game auf die augen und die nase auf die nase sagen ich meine natürlich aufs auge vielleicht eventuell daran erkennen dass ich mit der kuda spiele und kinetic wirst zu haben und Plünderer spiele. Was? Du spielst Plünderer? Das waren Fehler der Matrix. Ich glaube Jungs, wenn ihr mal Bock habt auf so einen richtigen Class Guide und so eine How to be a Pro Serie, dann sagt ihr Bescheid, weil ich weiß noch nicht, ob mein Controller wieder am Start sein wird. Vielleicht wisst ihr es schon so. Vielleicht habe ich auch schon Entwarnungen in 1, 2, 3 Kommentars gegeben wegen meinem Video. Ihr wisst Bescheid. Aber, Scheiße, ich bin ohne Scheiß, ich kann nicht pennen. Ich kann einfach nicht pennen. Ich war noch nie in meinem Leben so angeschwant wie jetzt zuvor, Alter. Währenddessen ich meine wichtigste Arbeit geschrieben habe, andere Leute haben geheult, andere waren mega. Ich habe gepennt einfach noch davor, hat mich gar nicht geguckt. Man merkt einfach mir die COD-Sucht an, also ganz ehrlich, Mama, wenn du mir in den Suchplatz holen willst, hol ihn mir. Ich in der Gummizelle sehe ich mich schon so, ich sehe mich schon wirklich in der Gummizelle so. Skaff, Skaff, Skaff. Nein, du bist hier in der Psychiatrie. Black Ops 3. Nein, Psychiatrie. Breach. Nein, 1 zu 1 so wird es sein, Alter. Ich glaube, wenn ich mir die Videos in ein paar Jahren angucke, ne, wenn ich irgendwie so ein alter Sack bin, ne. So ein Rensler mit 23 oder so, wie eine andere Person. Swinker, Johnny. Dann werde ich da hocken, Alter, wie ich mich in einer, wie ich das aufführe. Wie so ein Mongoli-Affe. Aber wie ist das, Jungs? Ich bin noch nicht so alt, als kann ich mich weiter wie ein Mongoli-Affe ausführen. Das gibt mir einen Like zum Ende zu und ich hatte so Angst hier. Haut rein, Jungs. Lass mir einen Like da. Ciao. Ciao.